Oh Mann, ich verstehe. Okay, ich verstehe, Mann. Oh Mann, ihr haltet alle das Maul. Ihr habt keine Ahnung, was rausgefallen. Mann, sei ruhig, Mann. Wir können gerne gleich spielen. Ich muss noch ein paar Sachen hier checken. Verstehst du, was ich meine? Scheiße, was ist das jetzt, Mann? Oh nein, das kann doch nicht... Nein, Mann, Alter. Scheiße, Mann, das kann doch nicht... Wie soll ich denn jetzt sagen, Mann, auf den Scheiß, Mann? Kanake, was ist dein Problem? Mann, Kanake, ich hab kein Datenvolumen mehr. Kannst du mir ein bisschen Hotspot geben, Mann? Kanake, ich brauch das noch. Kannst du mir was geben, Mann, bitte? Kannst du mir was geben, Mann? Ich brauch Hotspot, Mann. Nein, Kanake. Bitte, Mann, gib mir doch ein bisschen, Mann. Oh Mann, bitte, nur ein bisschen, Mann. Scheiße, wie soll ich denn jetzt so über den Monat klarkommen, Mann, Alter? Oder, Mann? Kannst du mir ein bisschen Hotspot geben, Mann? Man verschockt sich von dir, Mann. Hau mal ab, Mann. Hau ab, hey. Hey, vielen, Brüder. Mann, habt ihr vielleicht ein bisschen Hotspot für mich, Mann? Geh mir ein bisschen Hotspot, Mann. Wenn ernst, Mann? Hau ab, Mann. Hau ab, Mann. Wenn ich mich denn nicht leisten kann, dann kauf dir keins, Mann. Du kannst mir den Ball auch gegen den Kopf werfen, Mann. Kauf dir ein anderes Handy, Mann. Nein, Mann, zieh alleine. Ey, Mann, Alter, kannst du mir vielleicht ein bisschen Hotspot geben? Ey, Mann, ich tu das gerne, Alter, hast du vielleicht ein bisschen Hotspot für mich, Mann? Ey, Mann, du kleiner Arndt, hast du vielleicht ein bisschen Hotspot für mich, Mann? Das ist wie den Hund in Ruhe hier. Ey, Mann, Brüder, habt ihr vielleicht ein bisschen Hotspot für mich, Mann? Ich brauch was, Mann. Verpiss dich doch, Alter. Was willst du? Wie habbeln, Mann. Hau ab, verschwinde, Mann. Verschwinde, Alter. Ey, bleib doch mal ein bisschen ruhig, Mann. Was willst du? Ey, wie soll ich denn so über die Rosenkrab, Mann? Ey, habt ihr vielleicht ein bisschen Hotspot für mich, Mann? Ich komm nicht klar, Mann, Alter. Was ist denn das, ey? Wie soll ich jetzt deine Schnur gejagt werden? Wie soll ich hier deinen Schnur? Wie soll ich hier deinen Schnur gejagt werden? Wie soll ich hier deinen Schnur gejagt werden? Bis zum nächsten Mal.